Hallo zusammen, ich bin jetzt gerade Nelson angekommen und wir können hier auf dem Parkplatz so eine Message versenden. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich bin heute Morgen mit der Fähre übergesetzt und bin gleich in den Bus. Das ist jetzt der erste kürzere Job und heute Abend geht's noch in den Nationalpark. Bis jetzt ist alles nett und cool. Wenig Deutsche, das ist gut, dann kann ich ein bisschen mein Englisch verbessern. Und ich sende euch viele Grüße und ja, macht's gut! Okay!